moin leute was geht mein name ist youtube gamescom auf der playstation 3 ich habe heute ein neues video vorbereitet und ich wollte euch einfach mal zeigen wie das so ist wenn youtube gamescom eine woche nicht online war da tut sich natürlich auch was bei meinen ganzen nachrichten schule you yes ich habe ja schule ich bin jetzt auf der berufsschule auf so einem internat und dort habe ich jetzt wirklich sehr wenig zeit erstmal für ps3 das ist jetzt erst mal drittrangig let's play sowieso und youtube sowieso weil ihr müsst einfach wissen dass die schule einfach verdammt wichtig ist ohne ohne schule geht da gar nichts ohne schule geht da nichts kann euch jetzt einfach mal ein paar nachrichten sagen die ich so bekommen habe ich bekomme nicht besonders viele 23 5 da ihr seht schon das sind alles die die ich am 23 5 bekommen haben am 22 habe ich diese bekommen bist du berühmt hast du youtube woher kennst du mich denn eigentlich wer hat dir meinen gamertag gegeben auge lol habe dein video gesehen war ich cool krank parodie oder bin ich aber mal gar nicht stolz dass ich den krank parodiert habe muss ich dir ganz ehrlich mal sagen bin ich überhaupt nicht stolz gar nicht das waren das war damals so eine sache da das finde ich auch nicht gut so eine krank parodie die ich gemacht habe hot teen ja nein 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 teen das bedeutet 18 19 20 20 20 diese teens hier von kollegen erfährt man seiten das glaubt ihr gar nicht wahnsinn was es alles gibt unglaublich so der junge zocker gehen wir mal rein da das sind wir schon ja da gibt es immer so fragen guckst du pornos da kann ich auch mal eine gegenfrage stellen welcher junge mann guckt keine pornos gibt es doch viele oder boah 48 mann fette sache hier atomkraftwerk explodiert ja was damals passiert ist das da dürfen wir nicht einfach so liegen lassen 1986 26 april ich habe es euch erzählt unglaublich viel plutonium ist rausgekommen und so in die umwelt hauptsächlich was ich sagen wollte in dem video ist dass es vielleicht sein kann dass jetzt nur noch jeden zweiten tag ein video kommt und ich werde mir einen tag aussuchen wo ein special tag sein wird dort werde ich zehn videos an einem tag bringen und das alles nur let's plays ein bisschen sachen erzählen hier es gibt ja immer wieder was erzählen hier mister freako geil da müsst ihr wirklich mal drauf ich verstehe nicht 133 abos so cool jetzt gehen wir mal weg hier denosch 45 abos oder ja immer noch komisch dass er immer bei seinen 45 bleibt was der für ein content hat content hat das verstehe ich nicht jeder junge 94 da muss man glaube ich nicht viel erzählen dass ihn die leute jetzt abonnieren ist verständlich er hat gesagt er hat keinen bock mehr auf youtube und das muss man tolerieren das hier ist meine schwester für die leute die es nicht wissen da ist mark turenzi ja guck mal meine schwester die hat wirklich schon stars getroffen hier krasse sache ich kann ja auch immer vorbeischauen hier wenn ihr ein paar geschichten erfahren wollt oder äh schminktipps oder irgendwas ich habe ja nicht nur männer als abonnenten sondern auch frauen ja das sehe ich ich kann das sehen jeder der mich abonniert den kann ich sehen hier 149 abos hey papa schlumpf herzlichen glückwunsch dazu sage ich nichts das interessiert mich nicht kommerz scheiße äh oh cool danke und auf dieses video leute da muss ich etwas sagen da bin ich überhaupt nicht stolz das ist ein beschissenes video guckt euch das einmal an ich kann euch sagen das ist sowas von beschissen schauschlechte grafik da rede ich irgendwas von so moin oidi jo 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 alle punkte 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 boah dieses video da bin ich ein bisschen nicht stolz drauf also das empfehle ich euch jetzt mal nicht das ist so lustig das ist ein bisschen übertrieben und das was soll das 70.000 klicks das ist es nicht wert daumen klicks hätte ich mir gegeben für das video hau auf jeden Fall rein bis zunächst mal euch du gehst auf der playstation 3 tschau bis dann